hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar werden wir heute diese geschenkbox basteln geht eigentlich ganz super einfach das möchte ich euch jetzt mal zeigen und zwar schon sachen rausgesucht das designpapier und ja hier ist ein spruch noch den habe ich mir noch rausgesucht genau und hier so ein stern das werde ich dann verwenden und das designpapier das habe ich hier aus diesem blog hier rausgenommen der ist schon etwas älter das glaube ich 2-3 jahre alt ich bin mir jetzt nicht so sicher aber ich meine so drei jahre muss er schon sein also super alt der kann man mal weg tun so und zwar brauchen wir cardstock ich habe jetzt hier klauen genommen ihr könnt ja wir wollten andere nehmen und zwar sind die maße 27,95 x 20,3 also 27 die lange runter und 20,3 ist die breite also dann brauchen wir zwei mal sechs mal 4,4 das ist jetzt für hier oben und dann vier mal sechs mal 7,2 cm habe ich auch schon vorgeschnitten das ist jetzt zum dekorieren und jetzt fangen wir an zu falzen würde ich sagen ich nehme jetzt hier das von action so moment und zwar bei 6,7 6,7 da ist die 6 da ist die 7 6,7 dann bei 13,3 also jetzt hier auf der langen seite müssen wir jetzt falschen ne da der das vergesst dann bei 20 und dann bei 26,7 und dann bei 26,7 26,7 da nehmen wir jetzt die kurze seite dann bei 5 cm ich werde auch statt war auch alles in die infobox schreiben die daten bei 12,8 und bei 17,7 und dann tun wir erstmal falzen so 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 mein kreuz dann moment schneiden genau ne das war oben dann dreht ihr euch da so rum damit ihr hier die kleinen seiten hier habt ne doch das ist richtig so dann schneidet ihr hier ich kreuze das jetzt mal an hier abschneiden dann hier oben ab das auch das bleibt stehen und das hier ab so das kann man dann gleich schon mal machen und dann müssen wir hier unten einschneiden noch so ein stück da rein das wird dann die klebeflasche dann unter das ist das dann das 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 damit das dann so aussieht und hier wird jetzt noch reingeschnitten wir wollen ja nicht zu viel anschneiden dann nehmen wir uns kleber also ich habe mir ich habe den tombo kleber genommen man kann hat aber auch mit klebeband kann man das auch machen aber ich weiß jetzt nicht wegen den action ob dazu hält keine ahnung ich würde das jetzt auch nicht ausprobieren okay so 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 dann klappt man sich das hier unten klappt man sich dann ein und klebt das dann so zu so ja der wird so langsam leer deswegen klebe ich auch nicht mehr so viel damit dann geht er mit dem falzbein geht hier unten nochmal so rein jetzt ist es schon quasi schon fertig ne jetzt müsst ihr hier oben hier so ein bisschen eindrücken also hier an der seite jetzt nicht da wo die oberen teile sind sondern hier an der seite und hier oben dann der verschluss so und dazu brauchen wir ein locher also so eine lochzange benutze ich jetzt so dann macht ihr euch zwei Löcher hier oben rein nur auf der einen seite ja und dann tut ihr euch dazu drüber legen und dann tut ihr euch hier ja nochmal markieren das soll ja auch alles exakt sein gell muss ja passen dann tut ihr euch da kennzeichnen und dann geht ihr nochmal mit dem Laura da rein und dann nehmen wir uns ein band und ja dann geht ihr von innen und dann schiebt ihr euch da rein und dann im anderen von innen dann auch da durch also nach außen von innen nach außen so dann schiebt ihr euch dazu zusammen und dann könnt ihr euch hier hochziehen da steht ein bisschen unter Spannung deswegen ist er dazu ich glaube ich habe etwas falsch gemacht das ist er ist und dann geht's auf der Ecke und dann geht's von innen nach außen von innen nach außen jetzt müsste aber funktionieren genau jetzt funktioniert jetzt geht set up so eine schere abschneiden so und dann tun wir ein wenig dekorieren würde ich sagen man kann das auch alles vorher machen aber das habe ich jetzt leider vergessen und der Tombo ist mal wieder leer aber geht er mal wieder mit die andere Seite so das große so 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 da habe ich es aber zu weit reingedrückt dann müssen wir das nochmal einrauf machen so dann machen wir dieses so so dann hat sich leider ein bisschen verbogen bei ihm war das jetzt nicht so vielleicht liegt das auch an dem Papier an einem Cardstock kann auch sein genau was soll's da kann man noch ein bisschen Deku drauf machen da kann man noch ein bisschen 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 sieht doch schön aus, ne, für dich auch, so, dann noch ein bisschen klingi, klingi, noch ein paar steilen zu, so, und fertig ist die Box, als Geschenkbox, ne, ja, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet, ich finde, eine mega schöne Box ist, und diese genauso, ne, genau, würde mich natürlich freuen über ein Like, und Übernahmung, bis zum nächsten Video.